Wie zufrieden bist du mit deinem Wettkampf gestern? Ja, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit meinem Wettkampf. Sehr schade, dass es dann am Ende ein Zehntel nicht gereicht hat zum Meistertitel. Aber natürlich bin ich mit meinem Vizemeistertitel auch sehr zufrieden. Was macht für dich das Turnfest aus? Also gestern war es für mich einfach wahnsinnig toll in der Maximilian Halle zu turnen. Es war eine mega Stimmung, alle Leute haben gejubelt. Und das gibt einem nochmal das extra Feeling beim Wettkampf. Hast du Gelegenheit, jetzt noch was hier mitzunehmen vom Turnfest, vom Rahmenprogramm? Ja, wir werden jetzt hier nochmal ein bisschen über die Messe gehen. Und morgen ist dann die Stadion gange. Das wird bestimmt auch nochmal sehr toll. Und ansonsten dann noch die Gerätefinals am Mittwoch und am Donnerstag.